hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und zwar haben wir ein thema und zwar das heißt wie sie von mir ja und er ja auch wie ein mann alles hallo so das war es jetzt schon nehmen wir bis zum zweiten ich habe solche leute der stadt der zwei kille sind war sie dort nein aber er hat gestattet jetzt habe ich dann einen der andere hekt er der ist doch gerade rückwärts gelaufen es hat sehr komisch gelaufen aber weiß ich nicht wie direkt hätte der hektar kann ich mir nicht vorstellen dass man so normal rennt das war knapp werden ich weiß nicht mehr wieder ist und jetzt sehr komisch jetzt gegeben haben auf jeden fall möchte ich ein kanal ich habe ein halbes herz woher die hübschen woher kommen wir jetzt ich habe ja ich habe es noch nicht mehr hier die Erwürste die Mieter fast gestorben das andere ist glaube ich ein Team auch nein wir haben sich ja der Heck der Dritte der Dritte ja bei der Erwohntel in diesem Scheißspiel das hat die zweite Runde der ersten mich auch gegen das ist in der beiden gegen einen Hacker. Jawohl, wir sind ja im Deathmatch zurzeit. Aber ich muss noch fertig regenerieren. Jetzt Maki! Ich habe wenig Leben. Regenerieren und dann ein faires Deathmatch machen. Ja, okay. Warum vertraue ich ihm? Alter, du bist der Scheiße, du bist der Scheiße. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte einen Kanal restart machen. So, jetzt müssen wir eigentlich mal beim Thema bleiben. Die Videos werden schon online bleiben. Zumindest die meisten. Alle, die mir gefallen. Was ziemlich alle sind. Allerdings werde ich jetzt ein genaues Konzept mit Hochladetagen machen. Voice Battle kommt jeden Sonntag. Aber erst sobald ich bestes Internet habe. Das kann noch ein bis zwei Wochen dauern. Und sonst werde ich jeden Mittwoch noch ein CoolSkill Video oder zumindest Minigame ein Video bringen und sonst halt random, da bin ich mir nicht sicher. Und ich möchte jeden Samstag streamen. Ja, dann will die kleine Putzen auf mir gehen. Nein, mit mir aber. Oh, du lächst du. Ich weiß. Herr Maki, warum bist du so schlecht? Warum lächst du so? Oh, das hat mir 7 März gezogen. Hat mir halt echt 5 März gezogen. Ja, das ist ja lechst. Ich glaube, ich dir lechst gerade. Ich bin genau hinter dir. Ja, und das wäre der neue Uploadplan, den wir dann hätten. auf dem Kanal auch neue Thumbnails kommen. Ähm. Und. Sind die schon da? Ja, neue Skin habe ich auch. Ähm. Ne, die sind, werden gerade gemacht. Und dann skin habe ich auch. Das fragte mir an. Letzte Woche hast du gesagt. Ja, er hat sie gemacht, aber dann habe ich falsches Skin verwendet. Jetzt macht es ja nochmal neu. Ähm. Ja, und. Neuer Skin und Kanal Design sind auch. Also es geht nicht mehr. Es geht, zeige ich euch gleich. Ich bin vorhin, Maki. Sag ich einmal, wo du bist und dann kämpft mir doch nur Arschloch. Ja, ich kämpfe nicht rum. Ich bin aber voll. Wir meinen, nicht mit seinem Ping wegzuhitten. Ähm. Bist du schlecht. Ähm. Bist du schlecht. Ähm. Bist du schlecht. Bist du richtig. Ähm. Bist du schlecht. Bist du richtig. Ähm. Halbes Herz hat es da einfach nach. Ja, weißt du, wie viel, ähm, Rüstungspass du hattest und nicht? Ja, aber man muss auch dazu sagen. Du bist zu schlecht. Nein, du bist schlecht. Nein, du bist schlecht. Aber so, wir werden es ja sehen, sobald wir es das Internet haben, wer dann gewinnt. Ähm. Ich werde nochmal in einem separaten Infovideo erklären, wie Voice Battle das funktionieren wird. Da werden wir uns ein neues Konzept ausdenken, damit das ganzer cooler wird. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Hallo und, äh, ja, nochmal, willkommen zurück. Ich habe vergessen, uns gehen im Video zu zeigen. Das, äh, hole ich jetzt nach. Hier in meiner Windkraftwelt. Ähm. Ja, selbst gemacht. Klar, ich habe es angefangen, es gibt es zu machen. Aber ich finde, es geht schon. Man kann dann nochmal einen Umgang machen und das ist um den Kopf herum. Dann wieder zum Skelett zu teilweise. So schaut's aus, wenn ein Glasplug in den Anteels. Ich finde den ganz nice. Und wir den auf jeden Fall behalten. Ciao. Bis zum nächsten Mal.